Ich grüße Sie herzlich vom Empfang. Bleiben Sie gesund! Ich leite den Bereich Markt und Kunden. Hallo, wir vom Kundenzentrum sind natürlich auch gerne weiterhin für Sie da. Sie erreichen uns telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder über unser Kundenportal. Und bleiben Sie in jedem Fall gesund. Unsere Mitarbeiter arbeiten weiterhin für Sie. Guten Morgen aus dem Homeoffice. Besondere Zeiten erfordern besondere Arbeitsbedingungen. Wir bleiben zu Hause. Toi, toi, toi ist auch bisher nicht einer von unseren Mitarbeitern. Und Mitarbeiter mit Corona infiziert gewesen. Und wir hoffen, dass es so bleibt und alle gesunden bleiben. Wir in der Kommunikationsabteilung sind auch weiterhin für Sie da und versorgen Sie und unsere Mitarbeiter mit den neuesten Infos. Unser Fernwärmenetz-Ausbau in der Innenstadt geht nach wie vor weiter. Hier am Beispiel der Schließung der Hindenburgstraße. Wir sind der Betriebsleiter der Kläranlage Nesselwörth. Wir befinden uns hier in der Schaltzentrale. Von hier aus wird die ganze Kläranlage hier in Biedikheim besteuert. Ich habe gerade die Proben aus der Biologie gezogen, um die Ablaufwerte der Kläranlage zu gewährleisten. Wir sind hier für Sie in Biedikheim-Wissingen im Einsatz, um die Abwasserentsorgung zu gewährleisten. Ich bin der Zellermonteur und ich bin für Sie weiter da. In den Bädern wie hier im Badepark Ellenthal laufen die Vorbereitungen und Sanierungen. Gegenüber in den Eishallen laufen Instandhaltungen und Wartungen, um für Sie da zu sein, wenn wir wieder dürfen. Auch in Zeiten der Corona sind wir immer für euch draußen da und allzeit bereit. Wir sind auch hier weiterhin für Sie da. Bleiben Sie gesund. Mit ganz viel Energie für Sie. Und bleiben Sie uns verbunden. Wir sorgen dafür, dass Sie weiterhin versorgt sind. Ich bin der Zellermonteur und ich bin der Zellermonteur.